Das hier ist ein Mörser. Die Mörsergranate oben rein und dann sofort zur Seite gehen. Aber, das Ding ist falsch rum. Oh. Äh, die Granate ist zu groß. Der nächste Lauch-Äh, Soldat, bitte. Unterschätzen Sie nicht den Rückstoß dieser Waffe. Okay, Feuer frei. Ich wusste, dass das passiert, wenn wir Waffen von EA kaufen, ohne den Waffenkleben zusammen DLC. Das hier ist ein leichtes MG, das kann schießen. Sie müssen nichts weiter tun, als den Abzug zu betätigen. Hey, du Kartoffelcock, komm zurück, dein Dienst hat gerade erst angefangen. Auf dem Speiseplan sollten echt mehr Proteine stehen.